Also diese Form der Erzählung ist nicht appellierend oder belehrend, sondern eben eher so aus der Sicht so. Eher versteckte Botschaften. Ja, und eher positiv vermittelt als Motivation und als Freude und als Liebe und nicht als, ey, das soll so sein. Und so zum Beispiel, das gefällt mir, die Farb, das spricht mir wahnsinnig auch. Und irgendwann habe ich eine Lieblingsstelle, wenn ihr möchtet, oder wenn ich da rauskomme, würde ich das gerne. Also das ist die Gelbe. Okay, jetzt weiß ich schon, was du raus willst. Gabi, darf ich die ganz kurz noch fragen? Ich meine, das ist die Stelle, die erklärt ja, aber vielleicht sollten die Menschen nur ein bisschen einen Hauch von Andeutung haben, was überhaupt da drin steht und was es da geht, bevor du dir die Passage rauskommst. Oh, ich mache, wie ich da rauskommst. Vielen Dank.